Mein Name ist Georg Deschler. Ich bin seit 2008 IT-Consultant bei Bosch Software Innovations. Die Bosch Software Innovations GmbH ist das Software- und Systemhaus der Robert-Bosch-GmbH. Ein IT-Consultant ist dafür zuständig, Anforderungsanalyse bei Kunden durchzuführen, das aufzuarbeiten und Lösungen zusammen mit den Entwicklungsteams auszuarbeiten. Die Bosch Software Innovations GmbH ist mit Fokus auf dem Thema Internet of Things unterwegs. Hier zum Beispiel in meinem Bereich Industrie und Logistik, die Zustandsüberwachung von Maschinen mittels vernetzter Sensoren. Das Besondere hier ist, dass wir ein super Team haben. Ich habe jetzt in den sieben Jahren, die ich da bin, in unterschiedlichen Teams zusammengearbeitet und wir haben da auch einen sehr, sehr guten Mix von den Mitarbeitern, jüngere Mitarbeiter, erfahrenere Mitarbeiter, Männer, Frauen. Die fachlichen Anforderungen bei uns sind ein IT-Background am allerbesten oder zumindest ein technischer Background. Eine gewisse Reisebereitschaft, das ist nicht ganz so intensiv wie bei den großen Unternehmensberatungen, wird aber grundsätzlich schon erwartet, da man häufiger Workshops bei Kunden durchführt. Und ansonsten ist es auch wichtig, gute Deutsch- und Englischkenntnisse mitzubringen, da wir auch zunehmend im internationalen Umfeld tätig sind. Der Standort Innenstadt ist direkt am Bodensee. Da ist natürlich der Freizeitwert auch sehr hoch, ob man jetzt Wassersport machen möchte oder in die Berge rüber geht, ist für jeden was dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017